So schlecht fängt die Woche gar nicht an. Zumindest mal bei den Indizes hat man den Eindruck, dass es vorläufig noch weiter nach oben geht. Hier das Bild, was wir beim Dow Jones vor dem Wochenende schon gezeichnet hatten, nämlich die ungefähre Erwartungshaltung. Wenn wir so dieses Zwischenhoch hier durchstoßen, das ist so ein klassisches Muster, dann sollte es weiter nach oben gehen. Allerdings gab es ein bisschen eine Einschränkung. Na ja, ist das vom Chance-Risiko- Verhältnis gut? Doch, doch, das kann man durchaus machen. Ihr seht das. Zumindest mal dieser etwas engere 78er Stopp, der wäre eine Möglichkeit mit Zielen hier oben, also auf der Höhe da oben hin. Das sollte durchaus sinnvoll sein. Wie kommen wir zu dieser Zahl und wie ist die Zahl? Könnt ihr das überhaupt lesen? Fragen über Fragen. Sehen wir uns die letzte erste Anstiegsbewegung oder starke Anstiegsbewegung an. Anschließend das Ganze wackelig nach unten. Zwischenhoch ist klassischer Weise ein Trigger. Er ist bis maximal hier runtergelaufen. Ich mag es nicht, wenn er es durchstößt. An der Linie bin ich noch okay. Am liebsten ist es, wenn er irgendwo in diesem blauen Bereich dreht. Aber das hat er nicht durchstoßen immerhin und insofern ist das Ganze in Ordnung. Entry Trigger, den hatte ich vor der Woche schon genannt. Der lag ja hier auf dem Zwischenhoch 32470 ungefähr. Also als Idee, was wir hier haben. Und die Überlegung, das Ganze setzt sich fort. Und dann wären die Ziele für diese Idee 33282 beim Dow Jones. Also gar keine so schlechten Voraussetzungen, dass der Markt sich hier noch ein bisschen nach oben entwickelt. Eventuell machen wir auf dem Weg dahin zwischendurch noch mal eine Pause. Wer also mag und kann, kann die natürlich nutzen. Wenn ich hier mal die 5-Minuten-Chart mir mal angucke, dann haben wir hier irgendwie etwas, was man sehr grob so auffassen kann. Jetzt mal eine kleine Pause mitten rein und anschließend nach oben könnte uns das gleiche Bild nur noch mal auf kleinerer Auflösung 5-Minuten-Chart hier eben bieten und dann entsprechend weitere oder nochmalige Long-Einstiege für diejenigen, die das bisher verpasst haben, aber noch nach Einstiegsmöglichkeiten suchen. Also das wäre etwas, was ich gar nicht so schlecht finde auf der Long-Seite. Und wenn wir schon von Long-Seite sprechen, dann können wir auch auf den DAX gucken. Da gibt es nämlich ein relativ ähnliches Bild, allerdings mit dem Vorzug, dass wir nicht so tief runtergegangen sind, nicht bis zur 78er-Marke. Die liegt da circa bei 14.800. Hier waren wir allerdings nur bei 14.950 in etwa. Also die Werte alle jetzt so ein bisschen gerundet auf den DAX Future. So, das letzte Zwischenhoch, da sind wir dran gewesen. Die Erwartungshaltung wäre auch hier idealerweise, dass sich das Ganze noch mal fortsetzt. Dazu gab es auch einen Screenshot, den ich schon versendet habe bzw. im Trade des Tages mit ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze handeln kann mit den konkreten möglichen Namen, je nachdem, was für euch da sinnvoll erscheint oder ob ihr ein bisschen aggressiver, ein bisschen passiver unterwegs sein wollt. Das sind so ein paar Möglichkeiten. Deshalb will ich hier nicht so sehr drauf eingehen. Ihr seht das ganze Ziel ungefähr bei 15.800 und ein bisschen. Also ein bisschen aufwärts. Die genauen Marken, wie gesagt, für diese Idee zumindest mal könnt ihr euch dann in der Auflistung, die ich geschickt habe bzw. im Trade des Tages genauer angucken. So und wie sieht es beim S&P 500 aus? Ich weiß noch nicht. Aktuell zumindest mal ist zwar die Aufwärtsseite noch ganz okay. Also wir sehen, dass so die letzte Bewegung auch hier natürlich nach oben gegangen ist. Allerdings anders als bei DAX und DAO ist das, was wir hier so als letztes sehen, nach wie vor, da hat sich nichts verändert gegenüber der Bewegung vor dem Wochenende. Klar, das meiste kommt ja noch vor dem Wochenende. Das ist ein ganz klarer korrektiver Anstieg mit den vielen Rücksetzern. Ich bin nicht amused. Die Marktteilnehmer offensichtlich auch nicht. Und wer jetzt sagt, naja, der versucht da Knochen zu lesen, was der Markt als nächstes macht. Nee, ich versuche nicht Knochen zu lesen, sondern ich versuche zu lesen, ob die Marktteilnehmer hier schon überzeugt sind, begeistert sind. Und das ist ein typisches Verhalten für nicht überzeugte Marktteilnehmer. Natürlich kann es manchmal sein, dass Marktteilnehmer nicht begeistert sind und auf einmal dann doch kaufen. Aber man sollte insgesamt schon gucken, wie ist es denn typischerweise. Und das, was wir da sehen, ist typischerweise nicht ein klassisches Bild für jetzt aber unbedingt auf der Longseite mit einsteigen. Das ist eher ein Zeichen für, wenn das nicht nochmal in die andere Richtung geht. Da bleiben weiterhin die Überlegungen. Naja, das Zwischentief, was wir hatten, ungefähr 3800, sagen wir circa 3900, das war am 20. März in etwa. Wenn das durchstoßen wird, dann ist auch das Tief vom 13. März nochmal infrage gestellt. Es ist bei 3800, 3600, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann ist auch das Tief, was wir hier am 22. März haben, nochmal nicht ganz uninteressant. Also ihr seht, noch nicht auf die Short-Seite wechseln. Es ist noch zu früh. Es gibt noch nicht das direkte Anzeichen, es geht los. Aber seid nicht überbegeistert von der Longseite. Die Marktteilnehmer, die anderen Marktteilnehmer sind es nämlich in der Summe auch nicht. Und es ist die Frage, ob man dann selber sagt, ist mir egal, was die anderen denken. Ich weiß eh besser, was passiert. Ich bin immer jemand, ich sage mir, ich mache das mit, was die meisten machen und versuche dann auf der breiten Masse der Bewegung mitzulaufen. Na gut, also insofern zumindest aktuell mal nicht super schlecht. Wenn ich im 5-Minuten-Chart gucke, haben wir hier vielleicht eine etwas ähnliche Chance zu dem, was wir hier beim Dow Jones eben angesprochen haben. Kommt es hier wackelig runter, irgendwie so in den mittleren Bereich, 3980, plus, minus 10, 15 Punkte irgendwie so in diese Zone rein. Und vor allen Dingen ganz wichtig, eben korrektiv. Dann wären Trigger auf der Oberseite die letzten Zwischenhochs. Also das ist dann auch nicht großartig anders, wie das, was wir eben beim Dow Jones oder DAX besprochen haben. Also von der Seite aus gibt es zumindest teilweise erst noch mal die Chance auf eine gewisse Fortsetzung. Na gut, das wird dann beim Nasdaq nicht ganz anders aussehen. Hier der Nasdaq 100 Future. Da ist das grundsätzlich genauso. Allerdings muss ich sagen, die genaue Auflösung gefällt mir bei den anderen besser, weshalb ich mich hier aktuell dann doch eher etwas zurückhalte. Zumindest mal so lange, wenn ich eine starke Bewegung bekomme, die dann wieder von einer klassischen Korrektur denkt immer an Dreiwelligkeit oder mit vielen Überschneidungen dann eben abgelöst wird. Das wären so ein bisschen Indikationen dafür, was der Markt vorhat. Insgesamt das Bild hier aber, ich sage mal vorsichtig am undurchsichtigsten. Deshalb wäre mein Fokus dann doch eher auf der anderen Seite. So, liegen denn diese Ideen jetzt 100% sicher? Nein, nichts im Markt ist 100% sicher. Deshalb, wenn ihr einen Trade gestaltet, gestaltet ihn so, dass ihr einen Vorteil habt auf der Chance-Risiko-Seite, dass ihr zumindest mal eine realistische Chance habt, den Stopp nachzuziehen. Das ist mindestens genauso wichtig. Viele glauben immer, es ist das Wichtigste, dass ich weiß, was in der Zukunft passiert. Naja, wenn es denn jemand wissen würde, das weiß natürlich keiner. Deshalb ist die Gestaltung gerade mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, dass man weniger riskiert, als man gewinnt, wenn die Trefferquote eben etwas weniger stark ist, dann ist das ganz maßgeblich wichtig. Wenn ihr natürlich ganz sicher wisst, was passiert, ist das unrelevant. Aber wer ist das schon? In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag! Vielen Dank.